Hella LED-Produkte helfen Ihnen, die Sicherheit im Arbeitseinsatz zu erhöhen, Wartungs- und Kraftstoffkosten zu reduzieren und die Nachhaltigkeit Ihrer Fahrzeugflotten zu steigern. Die Kehrmaschine wird mit der Kennleuchte KLED 2.0 sowie den Arbeitsscheinwaffern Modul 70 LED Generation 3 und 4 ausgestattet. Vor der Umrüstung am Fahrzeug ist das System spannungsfrei zu schalten. Bitte beachten Sie zudem die Montageanleitungen. Wir ersetzen die alte Halogen-Kennleuchte auf der Kehrmaschine durch die KLED 2.0. Diese überzeugt durch eine sehr hohe Warnwirkung. Die kompatible Rohrstutzenbefestigung ermöglicht das Ersetzen im Nu. Zum Austausch der Arbeitsscheinwerfer muss die Blende des Kabinendaches geöffnet, die verbauten Arbeitsscheinwerfer Modul 70 Halogen demontiert und elektrische Verbindungen gelöst werden. Die offenen Kabelenden des neuen Arbeitsscheinwerfer Modul 70 LED werden mit Flachsteckern verkrimpt und mit den Anschlussleitungen kontaktiert. Achten Sie auf eine sorgfältige Verkabelung und Isolierung, um Defekte zu vermeiden. Hilfreiche Videos zum richtigen Krimpen finden Sie auf YouTube im Hella-Konzernkanal. Am Kabinendach auf der Beifahrerseite wird der Modul 70 Generation 4 verbaut. Er überzeugt durch seine hohe Lichtleistung in Verbindung mit einer sehr homogenen Ausleuchtung. Auf der Fahrerseite wird der Modul 70 LED dritte Generation mit breiter Ausleuchtung verbaut. Dieser sorgt für eine tageslichtähnliche Ausleuchtung im nahen Umfeld der Kehrmaschine. Die Steckverbindung wird hier beispielhaft mit einem Deutschstecker umgesetzt. Hella-Arbeitsscheinwerfer sind in vielen Fällen mit Deutschstecker erhältlich. Nach Montage der Arbeitsscheinwerfer und Kennleuchte erfolgt der Funktionstest. Danach kann die Verkabelung ordnungsgemäß platziert und die Blende des Kabinendaches wieder geschlossen werden. Achten Sie dabei auf eine korrekte Ausrichtung der Arbeitsscheinwerfer. Perfekt umgerüstet mit Hella-LED-Produkten. Hier noch einmal im Vergleich. Vor der Umrüstung. Nach der Umrüstung. Wir veranschaulichen die Reichweite und die Ausleuchtung des Arbeitsbereiches anhand einer Testfahrt auf der Straße. Hella-LED-Front- und Arbeitsscheinwerfer überzeugen durch homogene und leistungsstarke Ausleuchtung. Hella-LED-Kennleuchten erhöhen die Warnwirkung gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern. Die hohe Qualität und die technischen Vorteile von Hella-LED-Produkten zeigen sich durch ihre hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und Nachhaltigkeit. Energieverbrauch, Ausfall und Wartungskosten werden spürbar reduziert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017